Und für den Fall, dass ihr Leute wirklich noch was mehr von uns hören wollen, haben wir ein Stück, das wir definitiv nicht als erstes spielen können. Das sagt schon der Titel allein, das heißt Last Favorite Song. Das spielen wir immer wieder gerne, ist ein Liebeslied und das Liebeslied könnt ihr euch heute auch mal mit nach Hause nehmen, für euch gemünzt. Ich habe das damals geschrieben, als ich vor vielen, vielen Jahren mit meiner Frau Silberner Hochzeit gefeiert habe. Und da habe ich mir gedacht, ich muss mal unbedingt ein Liebeslied schreiben, was nicht davon handelt, so wie früher gerade Frau kennengelernt. Und dann macht man immer gerne Lieder, um sie zu überzeugen. Ich kann euch beruhigen, das klappt nur manchmal. Aber in dem Fall war das eben so, dass ich sehr dankbar war, in dem Moment, dass wir eine so glückliche und tolle Beziehung haben. Inzwischen sind wir schon über 33 Jahre zusammen. Und da habe ich gedacht, ich schreibe einfach mal ein Lied, was Danke sagt. Dass ich so ein Glück hatte, eine so tolle Frau zu finden, mit der ich bis ans Ende des Lebens hoffentlich glücklich werde. Das Stück heißt Last Favorite Song. Das spielt so. Danke fürs Kommen. Und ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.